Achtung, Achtung, Verona packt ihre innere Raubkatze aus. In einer hautengen Lackhose und einer Satin-Bluse in Leo-Optik verwöhnt uns Model Verona Poth jetzt auf Instagram. Wie wir die Werbeikone kennen, legt sie aber noch einen drauf. Mit einem tiefen Schlitz in ihrem Animal-Print-Oberteil gewährt die 51-Jährige deutliche Einblicke auf ihr schönes Dekolleté. Besonderes Highlight sind aber die langen Beine der zweifachen Mutter, die in hochgeschnürten und transparenten Hingucker-Heels gipfeln. Na, ob die keinen Waffenschein brauchen? Fest steht, Verona weiß eben, wie man einen sexy Auftritt nonciert. Das finden auch ihre Fans. Auf Instagram überschlagen sie sich mit Komplimenten. Mit so einem schönen Blüschen in voller Pracht. Wahnsinn, was für eine Schönheit du bist. Sieht das scharf aus? Und du bist echt ein Hammer. Eine Rakete sind nur wenige der zahlreichen Lobeslieder auf Instagram. Da können wir uns nur anschließen.